hallo liebe leute bei einer weiteren roblox runde und zwar bei diesem russischen injektions mpc experiment tut mir leid so heißt das spiel wo bioinstitut da war schon öfter mal gespielt sie bitte rein warten sie suchen sie rein rein und es kommen sie erst mal nicht mit mir kommen ich gucke erst mal hier sind die experimente das weißt du komm mit weiter wir sind weiter jetzt kommen jetzt hier ist irgendwas komisch ich habe keine ahnung davon wir nehmen uns das erst mal hier eine spritze such dir erstmal wo bist du komm mal mit hier ne ist falsch hier bist du das wissen was kann man hier genau hier die die sind für roblox hier glaube ich auch die hier nicht glaube ich weiß nicht alle du musst die spritze in der hand nehmen weil rein so nicht die die andere spritze die nummer 1 ja die habe ich doch die rote ok dann los kommen sie mit ich werde ihnen den arbeitstag zeigen ist sehr stressig wir werden zusammenarbeiten sie können sich so weit auf freu nicht suchen und stecken oder die krieg zu ente erstellt guck mal und wie cute aber kommen weiter ich habe schon cooles virus dabei ja ich muss mal eben was ich hier ja ja ich kann irgendwie wollten wurden wahrscheinlich gerade frisch gewischt worden oder so ist so richtig muss mit der reinigungskraft reden ja ich wurde rausgeworfen so komm ich will was foltern hier ja ich versuche es doch gerade das packt aber richtig krass da eins ist kein bug mal schon mal einen kaffee gib mir hier gerade viel Müll ich vergesst aufzufüllen oh da ist was passiert so wir haben jetzt auf jeden fall unseren npc ich will erstmal gucken wir müssen erstmal gucken was haben sie für die krankheit ich habe hier eine spritze was ist das denn hier ist ein shop hier ist ein shop hier ist ein shop ah ok das ist auch komisch der ist voll resistent oder so ach so hab geduld jetzt hast du es nicht das sind doch dumme so dürfen wir auch mal pausieren ich muss noch mal Pause machen cool auch dass man hier alles machen kann wenn man ins pc brennen guck mal ach du Schande ja das ist aber brutal so ok jetzt gucken wir es muss doch irgendwie gehen wir machen irgendwas schon wieder falsch haha bitteschön oh mann ich muss das richtig machen haha ich bin ich tot das darf ich alles nochmal machen dann explodieren wir den mal so jetzt gucken wir mal hier also irgendwie habe ich den Film ja sicher ging das auch mal irgendwie anders ah jetzt ist auf jeden Fall was Neues hier drinne bei eins haben wir was Neues drinne dann machen wir einen neuen NPC dann gehe ich jetzt mal rein wo bist du? ja in meiner Hütte natürlich was denkst du denn? komm ich rein kann ich reinkommen Papa ich habe ne Idee wie aber ja so so das geht die Pfeife also das geht bei mir auch der Pfeife bleibt stecken oh mach die Kripp du äh na na haha was du auch mal mit dem gemacht hast der ist ganz schön brutal gewesen jetzt ja aber es hat jetzt funktioniert ja es geht jetzt wieder ums Spiel machen was hast du gemacht? ich hab ihm eine Spritze nochmal angegeben wie immer wie öfters du das ist das falsch du hast das Risschen dann tue ich dir die Taste wir gehen mal ins Forschungslabor hier komm wieder zu mir du kannst dir auch einfach hier bei mir zufällig einfach auswählen wieder bei dein Labor aufhersporn weiß ja wer da vor ist was denn das? das ist falsch der ist doch die Tür hier genau hier such nach deinen Namen hi teils wieder zu machen klar jetzt wir erstmal hier zu verlieg übrigens beim Shop da musst du drauf drücken jetzt hast du was neues und jetzt musst du dir nochmal spornen weil er gestorben ist obwohl machen wir es anders erst mal sporen ja ich versuche es ja aber er will gerade nicht warte ich bringe ihn um wir sind gute professors ja sehr gut ich denke der lebt immer doch gut er lebt länger mache ich irgendwie mpc exkluvieren? feuer? ja ich bringe den aus alter ist das brutal guck mal die arme sau alter ok jetzt mach hier drauf so jetzt nimm das nochmal aber nicht die spritz in der hand nimm dabei einfach nur hier hab ich let's go jetzt versuchen wir mal dabei am besten rein zu gehen das hat mir am meisten geholfen wieder ran yes weg 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 renn das VK kann aggressiv werden oh dem geht es gut jetzt kriege ich mal die spritz so ich hab ne gelbe warte mal hallo ich weiß es wird ganz schmerzhaft sein ja jetzt brauchst du da alter das geht halt nicht du musst den Kohl da befinden das ist ein bisschen buggy wie hast du das denn gemacht? so wie du es gesagt hast und wie hab ich es gesagt? warte mal ich will auch einmal ich hab noch gar nicht das ist nicht normal das ist nicht normal komisch backt ne ist das noch ein renner? ist das noch ein renner? ist das noch okay? irgendwie backt das wirklich das war nie so gewesen ja oh da hat er wieder einen renner ich müsste sich normalerweise irgendwas entwickeln und so ne? ich weiß es auch nicht doch oh oh ah genau wie schön wenn wir Licht dran machen würden vielleicht sagt er nie was ist denn los? äh weiß er selber nicht er fragt warum wir das mit ihm machen wissen wir auch nicht ähm das gehört zum spiel keine sorge das gehört alles nur zum spiel ich frag mal was mit ihm genau geh mal rein und schau mal ah ah ha ha papi ne was ist dir verdient ne was ist dir verdient mach ich irgendwas warte nein bring ihn hier alter papa bring ihm schon ein Brennen oder gib ihm einfach eine spitze womit er stirbt langsam ja okay weiter eine spritze keinen wieso drückst du eigentlich immer auf das falsche? ja kein da steht keine also nochmal drücken der ist ja hast du wieso nimmst du die kleine? du musst doch die große nehmen leider auf jeden Fall drinnen hä warte mal die kleine kann man etwa auch machen? ich weiß nicht so genau ich drück da einfach einmal drauf dann nimm doch mal die große in der Hand hab ich doch alles schon der hat die den Nagel noch drinnen dann nimm noch mehr pump ihn voll dann nochmal das erste drücken ist das wieder drinnen? okay das hast du es? ist das was blau? das erste ist es drinnen weg da oh 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 weg oh jetzt wächst er irgendwie steckst du da immer noch mit deinem Kopf im Rücken jetzt dreht er irgendwie durch ja der macht schon was er stirbt er macht mit mir die Kopf da aber hie he nữa also das ist hier falsch kannst du eigentlich auch einfach nur auf den Tod drücken ohne dass er abfackelt oder so? wie kannst du noch einen Tod nehmen ohne dass er sich fest abfackelt Leben hat er 64 oder noch. Der Gustav, der macht ganz gut mit. Na toll, bringen ihn nach oben. Okay. Also irgendwie lebt er noch. Oh, lass mich mal. Oh, was machen? Ich komme gar nicht mehr auf. Das ist natürlich übel, ey. Ja, ich würde auch mal sagen, für heute reicht es auch erstmal, Leute. Wir haben einmal einen Einblick in das Spiel gegeben. Wir haben einmal so ziemlich alles gezeigt, glaube ich. Und lasst gerne ein Abo und ein Like. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. 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 Ciao.